Hallo, herzlich willkommen bei Stempelzone. Ich bin's wieder, Katrin. Und in diesem Video möchte ich dir alles rund um die Kanalmitgliedschaft erklären. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Die erste Stufe nennt sich Bastelfee. Dort kannst du mich einfach für meinen Content unterstützen und dafür kannst du ganz viele verschiedene Emojis im Chat und in den Kommentaren nutzen. Das macht riesig viel Spaß. Bei der zweiten Stufe geht es darum, dass du Bastelqueen bist. Das heißt, du bekommst, egal ob du eine Bestellung bei mir aufgibst oder auch nicht, den Katalog immer den aktuellen von mir per Post zugeschickt. Bitte denk dran, mir dann nach deiner Mitgliedschaft noch deine Adresse zukommen zu lassen, damit ich dich mit auf die Liste nehmen kann. Und bei der dritten Stufe geht es darum, dass ich einmal im Monat ein ganz exklusives Live mache. Das heißt, ich komme live hier auf YouTube nur für die Mitglieder. Und dort teile ich dir Tipps mit und wir basteln zusammen. Ganz exklusiv. Ich freue mich über deine Unterstützung. Ich hoffe, dass du das auch nutzen wirst. Ansonsten ist das Abo für meinen Kanal weiterhin kostenfrei für dich möglich. Vergiss auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann wirst du immer über neue Videos von mir informiert. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald!